Die Schumanns Eck Im Winter 1945-1945 mit der Ardennenoffensive über den Norden von Lützeburg Ragebrachers darf nicht auf Vergessenheit gerufen. Dafür gibt es eine neue Erinnerungswege um Schumanns Eck. Die Schumanns Eck ist eine Kreuzung über die Strasseverbindung von Etelbrecht-Wolz. Die Soldaten hatten den strategisch wichtigen Platz befestigt und haben die amerikanische Griechenoffensive eine Richtung von dem angekesselten Basten blockiert. Viertausend Soldaten und beide Seiten sind hier in einem schrecklichen Stellungskrieg gefällt. Auch die Zivilbevölkerung hat in der Schluss gelitten, die vor anderem stark zerstört und vielleicht in den dramatischen Umständen müssen fortlaufen. Die neue Erinnerungswege baut um innovativt Konzept für Geschichte zu erzählen. Es kann in der Wege an einem kurzen Tour von 1,2 oder an einem langen von 2,8 Kilometer gehen. Texte an drei Sprachen auf Englisch, Französisch und Deutsch liefern viele interessante Informationen, zum Beispiel über den historischen Kontext an der Verlauf von der Ardennen-Offensive. Eine Offensive, die der letzte deutsche Versuch war, eine neue Läge am Westen doch noch aufzuwenden. Ein Mannes fällt in einem Landsch der Wege dieser Silhouetten ab. Die Hei weist den amerikanischen Soldaten Kenneth Hutchinson. Wenn ihn der QR-Code mit dem Smartphone scannt, da geseit ihn wei den Hutchinson am Gangers sei Schützelach, der sogenannten Foxhole zu grüven. Am Ganzen gehen ob das Interaktiv man näher mei wei 60 Themenbereiche aufgeschwärt. Hei finden authentische Videos an Audiothemenagen, gerade wei viele Fotos an Texten. Militärische Unterstände gaufen nur gebaut, auf weise weit Frontlin ausgesehen huet. Befestigungen von Demolts sind um Schumanns Eck nach gut zu erkennen. Foxhole bis in überall lernste Wege oder die Al-Quartzit-Karrieren aus dem 19. Jahrhunderts. Nur der Ardennen-Offensiv waren 32.000 Soldaten auf beide Seiten dort an 53.000 Gaufe vermisst. 3.800 Zivilisten waren an der Bälsch an zu Lützeburg im Kliew gekommen. Den Erinnerungswege aus doof hierhin zu gedenken, und er steht ganz am zähen von der Rekonciliasjon an dem Völkerverständnis an Europa. Woodmandau schluss Gerrink 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 Untertitelung. BR 2018